Denn du hattest geplant, dass wir uns versammeln, deine Wege. Die Bibel sagt, da wo zwei oder drei es sich versammelt, du bist in deren Mitte. Danke, dass wir von dir hören wollen, Herr. Wir wollen von dir lernen. Und wir beten, oh Heilige Geist Gottes. Lass unsere Herzen dir zur Verfügung stehen, damit wir das empfangen, was du für uns vorbereitet hast. Kommunizierst du mich Gedanken von deinem Wort, damit ich nicht aus Erfahrung oder aus Intelligenz rede, sondern dass ich das sage, was du mich inspiriert hast. Lass mich über das reden, was du für dein Volk vorbereitet hattest. Gebrauche du mich, im Namen Jesu. Amen. Lass uns Platz nehmen und den Herrn Applaus schenken. Der Herr sei gesegnet. Wir führen unser Thema fort für das Ende des Jahres. Die Einfluss des gegenwärtigen Jahrhunderts auf das christliche Glaube. Heute möchte ich über mein Thema Die Strategie des Teufels im gegenwärtigen Jahrhunderts. Die Strategien des Teufels im gegenwärtigen Jahrhunderts. Wir lesen in Galatia, Kapitel 5, Vers 7 zu 9. Galatia, Kapitel 5, Vers 7 zu 9. Ich lese im Namen Jesu. Ich lese im Namen Jesu. Ich lese hier in Galatia, Kapitel 5, Vers 7 zu 9. Ihr liebt gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Amen. Amen. Die Strategien des Teufels im gegenwärtigen Jahrhunderts. In dem Text, was wir gelesen haben, was Paulus zu Galatia geschrieben hatte, er mahnt die Gemeinde von Galatia. Und er sagt zu ihnen, ihr liebt gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Und dazu sagt er noch, die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Eine Interpellation kann auch ein Verwürf sein. On peut interpeller quelqu'un lorsque la Person a fait quelque chose qui n'est pas bon. Denn man ermahne eine Person allein wenn die Person etwas Schlechtes getan hat. On peut interpeller quelqu'un lorsque la Person ne se conforme plus selon le Prinzip établi. Man wird eine Person ermahnen ab dem Zeitpunkt, wo die Person nicht mehr die Prinzipien gehört. Er sagt, ihr liebt gut. Wer hat euch gehorchen? Es heißt am Anfang, die Christen von Galatia waren dabei gut zu laufen. Sie waren die Wahrheit gehorsam. Sie waren dem Wort gehorsam, was ihnen geprädigt wurde. Aber irgendwann, haben sie oft gehört, die Wahrheit gehorsam zu sein. In quelque sorte, es gibt die Wahrheit, die sie empfangen hatten. Waren sie nicht mehr dabei, sie zu gehorschen? Mais Paul ist auch tenteu de parler, was er hat permis, dass diese Menschen nicht mehr zu behörden. Aber Paulus redet hier auch über die Ursache dieser Ungehorsam. Er sagt zuerst, Er sagt zuerst, Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. In quelque sorte, es ist er, derjenige, der ihnen berufen hat, hat ihnen dazu berufen, die Wahrheit zu gehorchen. Aber wer hat dieses Volk gerendet, die Wahrheit zu gehorchen? Wenn es nicht von Gott kommt, dann verstehen wir dadurch, dass es von dem Teufel kommt. Denn die Kinder Gottes sind normalerweise von dem Herr geführt. Durch den Heiligen Geist sind sie geführt. Und wenn eine Person nicht mehr von dem Herr geleitet wird, von wem ist die Person geleitet? Und da sehen wir den Teufel. Und als zweiter Punkt, Paulus redet und sagt, ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Für all diejenigen, die Bäcker sind, die brauchen nicht so viele Kilo, um Dusch, Mehl, irgendwie Brot zu machen. Sie brauchen nicht viel Kilo von Sauerteig. Sie brauchen nicht viel Kilo von Sauerteig. Vielleicht für einen Sack von Mehl brauchen sie zum Beispiel ein Kilo von Sauerteig. Und hier, wenn man über Sauerteig redet, redet man über die Sünde. Man redet hier über falsche Lehre. Hier sehen wir die falsche Lehre. Was tut dem Teufel gegenüber Leuten, die schon die Wahrheit empfangen haben? Denn hier, die Gemeinde von Galaten, sie haben reçu das Evangelium der Gnade empfangen. Präziert par den Apotheken. Was die Apostel geprädigt hatten. Und lui-même Paul, auch ein Prädikator. Parmi ist er Prädikator. Paulus zählte auch unter den Prädikanten, die dieses Evangelium verkündigt hatten. Aber nachher, hat man angefangen, ihnen über Religion oder Beschneiderung zu erzählen. Es heißt, über das Gesetz. Und Paulus wollte ihnen dadurch sagen, wenn ihr zurück zu der Religion gehen wollt, indem ihr sagt, ihr wollt das Gesetz gehorsam sein, dann werdet ihr nicht mehr unter der Gnade leben. Oh, das ist eine Strategie des Ennemis, um es in der Serviette zurückzuziehen. Aber das war eine Strategie des Teufels, damit sie wieder Sklaven werden. Le Diable vient remettre en cause la vérité fondamentale de la foi chrétien. Der Teufel kam, um wirklich diese fondamentale Wahrheit des christlichen Lebens zu zweifeln, zu bezweifeln. Das ist die erste Strategie, die den Teufel nutzt. Um den Glauben des Christen zu beeinflussen. Er betweifelt die Wahrheit, die wirklich als fondament deines Glaubens sind. Er möchte sie in Frage stellen und nutzt ausreden. Das ist die erste Strategie. Er stellt die Wahrheit, die wirklich als fondament des christlichen Glaubens sind. Und er nutzt dabei Ausreden oder Halbwahrheiten, damit die Christen sich von der Wahrheit abwenden. Jemand, der an den Herrn geglaubt hat. Er ist die Wahrheit gehorsam. Er weiß, dass Unzug eine Sünde ist. Er weiß, dass die Lüge eine Sünde ist. Und er lebt weiterhin da drin. Aber irgendwann mal, er hört bestimmte Prädigte, denn der Teufel nutzt auch manche Prädiger, die anfangen zu sagen, derjenige, der Selbstbefriedigung macht, sie hündet nicht gegen Gott, sondern gegen sein eigenes Fleisch. Und so fängt die Person an, in Frage zu stellen, das, was sie schon als Wahrheit empfangen hatte. Wenn du in der Bibel liest, in 1. Mose, Kapitel 3, le Diable, le Serpent, lorsqu'il est venu vers Erre, als die Schlange zu Eva kam, schau, was die Schlange gesagt hatte. Est-ce que Dieu a-t-il dû de ne pas manger tous les Arbes des Jardins? Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt keine Früchte im Garten essen? Après Eve lui, non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Eva sagte, nein, das hat Gott nicht gesagt. Il a dit, nous pouvons manger tous les fruits des Arbes des Jardins. Er sagte, wir dürfen von allen Früchten im Garten essen, mais excepte les fruits des Arbes qui au milieu des Jardins, mit der Ausnahme von den Früchten des Baumes, der Mitte des Garten ist. An dem Tag, wo wir davon essen werden, werden wir sterben. Laissez pas lui dire alors, non. Und die Schlange antwortete, ihr, nein, vous n'allez pas mourir. Ihr werdet bestimmt nicht sterben, sondern der Herr oder Gott weiß, dass ihr ihm gleich sein werdet. Eva wusste die Wahrheit, aber der Teufel kam mit halben Wahrheiten um die Wahrheit, die Eva schon getragen hatte, zu widersprechen. Um es zu verhindern, dass sie weiterhin im Willen Gottes lebte. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Église. Und das ist auch was gescheht in der Gemeinde. Dans les siècles présents, les Diables s'infiltrient au milieu des Prédigateurs. In dem gegenwärtigen Jahrhundert ist der Teufel infiltriert mit den Prédigern. En utilisant déjà les enseignements qui plait aux Chrétiens, er nutt Lehre die Christen gefallen, pour leur détourner de la vérité. Um sie von der Wahrheit abwenden zu machen. Parce que quand Eva regardait les fruits en question, denn als Eva den fruit betrachtet hatte, la Bible dit qu'elle a trouvé un sabote à saisir. Die Bible lasse uns wissen, sie fand es schön in ihren Augen. C'est fausse doctrine, c'est fausse enseignement qui vient déjà pour satisfaire la chair de quelqu'un, ça te rende confortable et directement tu vas accepter ça facilement. Diese falsche Lehre, die gepredigt werden, kommen, damit du dich bequem in deinem Fleisch fühlst und so wirst du sie einfacher annehmen. Les fruits là n'étaient pas nouveau dans le jardin. Der fruit war nicht neu im Garten. N'était pas étrange pour Eva. Das war keine fremde fruit für Eva. Mais comment maintenant les fruits en laps de temps devenir impressionant devant Eva? Aber wie ist es möglich, dass innerhalb einer kurzen Zeit diese fruit irgendwie beeindrucksvoll geworden ist im Augen von Eva? Parce qu'il avait déjà la levie dedans. Denn es gab schon diese Sauerteig drin. C'est ça offert ce que l'ennemi fait dans le siècle présent. Il vient avec des enseignements qui peut te rendre stable, tu es calme, tu es libre. On te dit que tu peux décider comme tu veux parce qu'il a dit que là vous allez commencer à décider vous-même. Le mal est bien. Vous allez commencer à choisir. C'est là veut dire si tu épouses ces enseignements ici, tu seras libre. Amen. Es heißt, der Teufel kommt mit Lére, um dir zu zeigen, mit solchen Lére wirst tu bequem, tu wirst entscheiden können. De Teufel hat zu Eva gesagt, wenn ihr von dem Frucht isst, dann werdet ihr gleich wie Gott sein und ihr werdet zwischen Böse und Gut entscheiden können. Und das wird gepredigt. Wenn man hier predigt, das, was Leute wollen, sie wollen der Herr folgen, aber sie müssen selbst entscheiden über deren Leben, was sie damit machen werden. Aber das ist auch das, was der Teufel zu Eva gesagt hat. Als ihr davon essen werdet, die Entscheidungen bezüglich eurem Leben werden euch gehören. Ihr werdet entscheiden, ob ihr das Gute oder das Böse machen wollt. Ihr entscheidet. Es wird nicht mehr Gott, der euch sagen wird, okay, mag dieses oder jenes, nein, sondern ihr werdet selbst entscheiden können, was ihr mit eurem Leben tut. Faites attention zu meinen Verhältnissen. Pass auf mit halber Wahrheit. Amen. Der gegenwärtige Jahrhundert bringt die Leute, die dem Herr fürchten, zu glauben, dass es nur eine Zeitverschwindung ist. Dass sie eingeschränkt sind. Dass sie nicht richtig leben. Dass sie irgendwo ins Gefängnis sind. Halleluja. Das ist das, was der Teufel im Leben von vielen Christen bringen möchte. Ich lebe nicht mehr, ich bin nicht mehr frei. Schau, schau, das ist eine Zeitverschwindung, diese Geschichte. Du bist eingeschränkt. Die Leute können in die Kneipe gehen. Die Leute können in die Kneipe gehen. Die anderen können dieses oder jenes machen. Aber du bist da und du machst nichts. Das stimmt aber nicht. Die Freiheit, die der Teufel dir geben möchte, ist wirklich um die Sklaven zu machen hinter dem Baum im Garten. Denn nach dem Fall Die Freiheit, die sie sogar hatten im Garten, sich frei zu bewegen, wie sie wollten, hatten sie nicht mehr. Sie haben sich gefunden hinter den Bäumen im Garten. Die schlank aber war schon weg. Wo ist denn diese freie Entscheidung? Amen. Ich möchte dir sagen, du bist nicht eingeschränkt. Amen. Amen. Ich möchte dir sagen, Christ zu sein ist keine Zeitverschwindung. Aber die Bibel sagt, derjenige, der sein Leben verliert für den Herr, wird es wiederfinden. Quelle ist die Résolution für diese erste Strategie des Teufels? Alle Lehren, die nicht den Christen dazu führen, den Herr zu fürchten, die keine Umwandlung bringen, alle Lehren, die unser Leben nicht unter dem Wort Gottes bringen, muss überprüft werden. All diese Lehren, die du zuhörst, auf YouTube oder in der Gemeinde, die dein Leben nicht umwandeln, die dich nicht dazu führen, den Herr zu fürchten, müssen überprüft werden. Das wahre Problem ist, Christen verbringen keine Zeit mehr damit, das zu überprüfen, was sie zuhören. Sie können den Propheten überprüfen, aber die Prophezeiung überprüfen sie nicht. Aber die Bibel lässt uns wissen, ein wahrer Prophet wird erkannt durch die Verwirklichung seiner Prophezeiungen. 1 Thessalonica, Kapitel 5, Vers 20 zu 21. Die Bibel lässt uns wissen, wir sollten die Prophezeiung nicht missachten, sondern wir sollten alles überprüfen, und das, was gut ist, sollten wir beibehalten. Es sind nicht alle Offenbarungen, die ihr hört, die wirklich von Gott stammen. Ein wahrer Christen ist wie die Christen von Beret. In dem gegenwärtigen Jahrhundert musst du die Prophezeiung unterscheiden können. Wenn es Predigt wird, geht es nicht nur darum, Amen zu sagen. Aber du musst überprüfen, ob es von Gott stammt. Wir müssen die Lehre überprüfen, die wir zuhören. Wir müssen das überprüfen, was uns gelehrt wird. Ob es wirklich von Gott stammt. Amen. Amen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020